Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Es ist soweit. Heute wird es nicht groß oder episch, nicht größer oder epischer, sondern am größten und am epischsten. Wir besprechen das Science-Fiction-Werk des Jahres. Über sechs Stunden geballte Ladung Inspiration von einem der Autorenfirma der Gegenwart. Zack Snyder hat für seinen Director's Cut bzw. für seine Director Cuts, also Director's Cuts zu Rebel Moon Teil 1 und 2 viel versprochen und wir reden darüber, ob er seine Versprechen einhält. Die Directors, Cuts, Kelch des Blutes und Fluch der Vergebung mit einer Gesamtlaufzeit von 377 Minuten, also sechs Stunden und 17 Minuten. Wer sind wir aber? Neben mir, dem einfachen Bauern Johannes, darf ich den legendären General, den berüchtigten Feldherrn und beeindruckenden Strategen Zero begrüßen. Hallo. Hallo. Ich dachte anfangs schon, wir reden über mein erstes Mal, so wie du angefangen hast zu erzählen, aber vielleicht ein andermal. Uh, aber ich würde sagen, was Dialoge angeht, du und Zack Snyder, ihr seid gar nicht so weit weg, oder? Definitiv nicht. Ich habe auch einen sehr, sehr präpopaternen Humor, das stimmt. Genau, ich hoffe, die Ironie wurde ein bisschen in der Anmoderation klar. Ich dachte auch erst, was erzählt er, aber ja, einige sehen das auch genauso, wie du gesagt hast. Das stimmt natürlich. Einige sehen das so. Wir können ja mal gucken, zu welcher Gruppe wir gehören. Zero, wie stehst du denn allgemein zu Zack Snyder? Ja, also ich habe mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt, für mich selber, für so ein paar Instagram-Dinger und habe auch so eine Liste gemacht von seinen Filmen. Und da habe ich mir natürlich ein paar Filme nochmal angeguckt. Ich muss sagen, ja, mir gehen diese Zeitlupen tierisch auf den Sack, weil die zu doll genutzt werden, aber ich kann auch diesen Hate nicht bei ihnen verstehen, dass Leute wirklich sagen, oh, Zack Snyder-Filme, oh, so ein Kack jetzt wieder. Und ich finde den noch gar nicht so oberflächlich, weil gerade hatte ich mir jetzt sogar Sucker Punch angeguckt, sogar zum ersten Mal und dachte, oh Gott, das wird ein richtig schlimmer Film. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte richtig Freude dabei. Und ich finde, der ist manchmal ein bisschen deeper und wird einfach schlecht behandelt. Also der ist so ein bisschen wie bei uns in Deutschland Uwe Boll. Der wird auch erst mal erst draufgehauen, ohne mal das Werk überhaupt geguckt zu haben, weil die Meinung über die Person ist schon da, bevor man einen Film kennt. Und so sehe ich das eigentlich bei Zack Snyder auch. Und ich bin da so in der Mitte. Ich finde nicht alle Filme super geil, aber ich finde jetzt auch keinen mehr, dank den Director-Cuts leider, wirklich scheiße. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ja, voll. Es ist ganz spannend. Ich habe auch nochmal geguckt, tatsächlich ist Zack Snyder eine der wenigen Regisseure oder Regisseurinnen, von denen ich alle Filme gesehen habe. Gut, also so viele hat er ja noch nicht gemacht, aber doch einige. Und ich bin da eigentlich bei dir. Also mir gefällt das auch nicht alles, aber ich finde das in der Regel zumindest interessant, weil er ja doch immer inzwischen seinen Stil hat ihn ein bisschen verändert. Da reden wir heute auf jeden Fall auch drüber. Aber er hat einen ganz eigenen Stil, der sich nochmal so von irgendwie üblichen Blockbuster-Filmen abhebt. Und das finde ich irgendwie auch erfrischend und anders. Also er zieht da sein Ding auf jeden Fall durch, mal im Positiven, mal im Negativen. Und ich muss sagen, bei Sucker Punch bin ich ganz bei dir. Es gibt ja viele, die den wirklich, wirklich furchtbar finden. Ich finde den auch inhaltlich, würde ich sagen, mit am interessantesten, was Zack Snyder gemacht hat. Weil der ist irgendwie, der ist ganz komisch, aber der ist schon spannend, finde ich, darüber irgendwie sich den anzugucken und darüber zu reden. Ja, definitiv. Und bei Zack Snyder ist mir jetzt halt auch irgendwie aufgefallen, also das Thema so Faschismus oder halt total digitäre Staaten ist bei dem halt immer stark irgendwie mit drin. Und wer sieht denn auch nicht gerne, wie so ein paar richtige Nazis ein bisschen zersplättert werden. Also kann auch keiner sagen, das will man nicht sehen. Und bei Sucker Punch gab es das, dieses, einen Film mit Eulen, die da fighten, habe ich vorher noch nie gesehen. Also er hat schon Eier, also darum. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt wissen vielleicht auch alle, die zuhören, ungefähr, wie unsere Position zu Zack Snyder ist. Das ist ja, glaube ich, auch wichtig, um ja zu erfahren, wie wir diese beiden Filme einordnen. Wir haben gedacht, wir sprechen auch ein bisschen über die, normalerweise würde man Kinofassung sagen, wir sagen jetzt einfach mal jugendfreie Versionen. Aber vielleicht gibt es ja auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt weder die ersten Versionen oder die Directors Cuts gesehen haben. Zero, magst du mal erzählen, worum geht es überhaupt? Also ich fasse uns mal die beiden Teile zusammen. Da könnt ihr euch sechs Stunden sparen. Nein. Also wir befinden uns in einer friedlichen Bauernkolonie auf dem Mond Welt. Der wird von der Mutterwelt ausgebeutet und bekommt man auf einmal auch Besuch von Admiral Noble mit seinem gigantischen Raumfahrtschlachtschiff King's Gate. Und die wollen halt noch mehr Getreide für die Armee einfordern. Mit dem Wissen aber, dass die Vorrichter jetzt nicht mehr genügen würden, um den nächsten Winter zu überleben, schmieden sie einen kleinen Plan, die Bauern. Und dann begibt sich Cora, gespielt von Sofia Botella, und Gunnar, gespielt von Michael Hussmann, so in allerschöner die sieben Samurai-Manier auf Reisen und suchen halt Kämpfer für die anstehende Auseinandersetzung mit ihren Unterdrückern. Ja, das ist sozusagen der erste Part von den beiden Filmen. Und der zweite beginnt damit, dass wir halt Cora und die Krieger haben, die sie sich zusammengestellt hat, wie sie sich jetzt auch vorbereiten, die Kolonie zu verteidigen gegen halt den Unterdrücker, gegen Admiral Noble. Und das ist so die Grundhandlung. Perfekt. Und dafür braucht Zack Snyder über sechs Stunden, zumindest seiner Meinung nach. Ich glaube, die meisten wissen ja, weil es, glaube ich, überall diskutiert wurde, Rebel Moon war mal ein Star Wars-Pitch von Zack Snyder und Kathleen Kennedy und Lucas Films haben gesagt, nö, wollen wir nicht haben. Und dann ist er zu Netflix gegangen, mit denen er ja auch Army of the Dead gedreht hat. Und dann ist Rebel Moon herausgekommen. Hast du das irgendwie vorher mitbekommen? Und was hast du irgendwie erwartet, als diese zwei Teile angekündigt worden sind? Also ich hatte das mitbekommen, dass er den schon gepitcht hat als Star Wars-Film. Und er hatte dann ja auch irgendwie gesagt, das wird einfach ein, geht in eine Sci-Fi-Star-Wars-Richtung, aber halt irgendwie für Erwachsene war, glaube ich, der Ausdruck von ihm. Wird ein Adult-Movie. Und da dachte ich mir schon, okay, kann ja ganz cool werden, obwohl ich nicht so der Riesen-Star-Wars bin, aber ich gucke die Filme auch sehr gerne und dachte, ja, das ist ja schon ganz geil, ne? So eine riesige Welt, aber halt wirklich mal endlich mal, um jetzt eigentlich ganz ehrlich zu sein, so für Männer halt so ein richtig brutales Ding. Und ja, ich habe mich schon gefreut und habe da auch einiges erwartet beim ersten Mal letztes Jahr Weihnachten. Ja, das ging mir ähnlich, vor allem, weil dieses, also Rebel Moon ist ja nicht einfach irgendwie nur ein Science-Fiction-Film, sondern das geht ja klar in so eine, weiß ich nicht, Space-Opera-Richtung. Also wirklich wie Star Wars ein ganz groß gedachtes Universum und irgendwie, ja, große Momente. Und da habe ich auch gedacht, okay, Zack Snyder, der weiß ja visuell auch beeindruckende Szenerien zu erzeugen. Und da habe ich auch gedacht, das kann auf jeden Fall spannend werden. Und dann habe ich letztes Jahr den ersten Teil gesehen. Und ich muss sagen, ich war erst mal krass ernüchtert von diesem Film und habe gedacht, Eieiei, also das war für mich schon eine krasse Enttäuschung. Wie ging es dir da? Es war mein schlechtestes Weihnachten oder erster Weihnachtsfeiertag seit Jahren. Ey, das war so scheiße. Es war ehrlich, es war nicht geil. Darum, ich hatte dem damals auch eineinhalb Sterne gegeben. Er hat mich halt nicht aufgeregt, so in irgendwelchen Punkten, aber er war einfach irgendwie nur schlecht. Und ich dachte mir, was soll das? Warum? Da fehlt doch die Härte, da fehlt alles. Und dann hat man halt auch die Stimmen gehört. Ja, es gibt dann ja einen Directors Cut und dann war ich noch genervter. Weil warum? Und ja, es ist schon sehr schade. Und auf den anderen Teil musste man ja ein bisschen warten bis dieses Jahr. Ich glaube im Februar war es soweit. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht wird das ja dann ein bisschen besser. Und ja, aber das wurde es ja leider meiner Meinung nach auch nicht. Oder wie hast du das mit dem zweiten Teil dann gesehen? Ich fand den ersten auch, wie gesagt, ziemlich mies. Auch wirklich, ich fand den erschreckend langweilig. Also das war ganz komisch. Und der sah auch, finde ich, nicht gut aus. Und den zweiten Teil, muss ich sagen, also die jugendfreie Version, die hat mich dann positiv überrascht. Was, glaube ich, dann halt auch an den niedrigen Erwartungen lag, die ich hatte. Weil dieses Finale, diese knapp zwei Stunden, die haben ja kaum noch Handlung. Da geht es ja wirklich eigentlich nur noch um diese finale Schlacht auf dem Planeten. Beziehungsweise, das ist ja gar nicht auf dem ganzen Planeten, sondern in deren Dorf. Und ich fand das auch nicht gut. Aber irgendwie habe ich gesagt, okay, zumindest will er mir hier irgendwie nicht so eine große Geschichte auftischen. Sondern sagt einfach, ja gut, jetzt gehen wir einfach rein in die Action. Und auch da, also, Rebel Moon ist weit entfernt davon, irgendwie auf dem Niveau von Dune zu sein. Aber ich hatte zumindest in Ansätzen dabei Spaß. Also ich kann es nachvollziehen. Mein Problem ist jetzt, gerade nach dem Gucken der Director Cut, ein paar Szenen sind mir ganz klar, die gab es vorher nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr in den Nuancen, oh, war die Szene, wo der eine erschossen wurde oder der Part, wo die reden. Also das könnte ich jetzt nicht komplett hundertprozentig sagen. Das war nicht in dem ersten Teil schon drin. Und was mir aber jetzt beim eigentlich dann doch zweiten Schau, wenn man es so nimmt, von den Szenen wahrscheinlich, mir aber deutlich dann besser gefallen hat. Dann lass uns vielleicht mal ein bisschen auf die Unterschiede eingehen. Weil Zack Snyder hat ja versprochen, Sex und Gewalt. Und vielleicht lass uns das Erste erstmal abhandeln, weil ja, es findet Sex statt. Aber es wird schon ein bisschen schlichtschuldig, oder? Ja, den Sex gab es ja auch schon in den PG-13-Fassungen. Da halt nur nicht so viel, also nicht so lang und ausgiebig. Und ich habe auch irgendwo gelesen gehabt, dass das sogar die Idee von der Darstellerin selber war, von Sophia Boutella. Die gesagt hat, also die in den Directors Cut, dass das so ordentlich sein muss. Man muss alles und viel sehen. Und ich muss sagen, ich bin auch eigentlich, obwohl man es mir, glaube ich, immer nicht glaubt, aber Sex-Szenen, gerade auch so ein paar Horrorfilmen. Ja, ich finde das mal ganz nett, wenn da mal so ein paar Brüste rumlaufen in so einem Slasher. Aber hin und wieder sind Sex-Szenen-Film auch einfach unnötig, weil die gar nicht passen und einfach nur da sind, weil ja zwei gut aussehend meistens nackte Menschen, die aufeinander liegen, wollen doch hauptsächlich dann auch meistens ein paar Männer sehen und darum gehen wir ins Kino. Sehe ich immer nicht so, weil es der Hand und meistens nicht viel bringt. Hier muss ich sagen, fand ich es sogar nicht undienlich. Wären sie weg gewesen, hätte es mich aber auch nicht gestört. Ja, kann ich nachvollziehen. Also es ist ein bisschen absurd, weil die beiden ausführlichen Sex-Szenen jeweils relativ vom Anfang der beiden Directors Cuts stattfinden und damit gefühlt so ein bisschen abgefrühstückt sind, weil sonst gibt es ja eigentlich in dem Punkt nicht mehr so viel. Ich bin da auch irgendwie super zwiespältig, weil man muss ja sagen, so im Mainstream-Blockbuster findet ja Sex und Erotik eigentlich gar nicht mehr statt. Also wenn wir uns irgendwie, keine Ahnung, das ganze MCU angucken oder auch nehmen wir Top Gun, zum Beispiel Maverick mit Tom Cruise, den fand ich sehr gut. Aber die sind ja völlig entsexualisiert, also da gibt es das ja gar nicht mehr. Da finde ich es irgendwie erfrischend, das mal so explizit zu machen. Aber ich fand es auch echt lange und ja, weiß ich nicht, hätte ich glaube ich auch nicht gebraucht. Warst du neidisch? Man muss ja auf jeden Fall sagen, man merkt bei Zack Snyder, er ist ein Mann und auch wenn hier ab und zu mal männliche Oberkörper in Slowmotion und gefühlt eingeölt zelebriert werden, in den Sex-Szenen wird schon sehr, sehr viel auf Sofia Botella gefilmt und nicht auf ihre männlichen Kontraparts. Also da wird ganz klar ein Bedürfnis bedient, sagen wir es so. Ist auch ne sehr hübsche Frau, aber die beiden Herren, also man kann jetzt mal schon mal leicht spoilern, es gibt drei Darsteller und eine Darsteller, nein, zwei Darsteller und eine Darstellerin, die in den Sex-Szenen dagegen sind. Und die Hauptdarstellerin ist in beiden dabei. Darum fand ich halt gerade auch die erste, ja, da fand ich halt gerade sogar auch in dem PG-13-Ding, konnte ich halt die Figur gar null fassen dann von ihr, die Cora. Weil ich dachte, was ist denn das jetzt für eine? Also hat die da halt ein bisschen Spaß so, ist auch cool. Aber das kam da, finde ich, in dem Part noch gar nicht so rüber. Jetzt in dem Director Cut erklärt sich das für mich mehr, warum sie später mit dem anderen da noch vernünftig anbandelt. Ich hätte auch gerne ein bisschen, zumindest von dem ersten Darstellerin, da hätte man ruhig mal ein bisschen mehr zeigen können, weil das ist ein richtig, richtig gut aussehender Mann gewesen, finde ich. Genau, allgemein quasi wie bestimmte Figuren gezeichnet werden, da können wir später nochmal drauf eingehen. Was mir bei den längeren Fassungen auch aufgefallen ist, die Sprache. Es wird im ersten Teil noch mehr als im zweiten Teil, aber schon ordentlich geflucht. Und ich muss sagen, ich fand das ein bisschen lächerlich und sehr gewollt. Ging dir das auch so bei diesem, weiß nicht, die ganze Zeit irgendwie Scheiße und Ficken und etc. pp.? Ich fand es sehr, sehr gewollt. Es gibt ja eine Szene, auch gerade im ersten Part am Anfang, die auch so ein bisschen gerade, auf den wir ja später kommen bei den Charakteren, den Roboter, nochmal ein bisschen darstellt, wo ich sage, da ist mir das klar, dass da sehr viel Fäkalsprache benutzt wird, weil es passt halt ganz einfach auch zu dem Imperium, dass die sich eher so ausdrücken. Aber halt von den anderen habe ich auch gedacht, warum jetzt, also auch so unnötig teilweise dann rumgeflucht, so mitten in so einer Kampfhandlung, würde ich sogar noch nachvollziehen. Da würde ich nicht sagen, oh Scheibenkleister, da habe ich nicht getroffen. Da würde ich auch sagen, fuck oder so. Teilweise unnötig einfach reingebracht, weil natürlich, wir können es ja dann ab 18 und hauen dann ordentlich auf die Kacke. Ja, ich fand es auch ganz komisch, weil es auch so, also ich bin ganz bei dir. Wenn man irgendwie so darstellt, diese Soldaten dieses faschistischen Systems, die völlig verroht sind, das zeigt da ja auch in einer, wenn die das erste Mal das Dorf besetzen, wie sie mit der Bevölkerung umgehen, wie sie vor allem mit einer jungen Frau umgehen. Und dann würde ich auch sagen, es passt natürlich, wenn die auch dementsprechend reden. Aber es ist ja wirklich, also nicht jede Figur, aber fast jede Figur sagt einmal irgendein Schimpfwort und es wirkt so, weiß ich nicht, so pflichtschuldig nach dem Motto, jetzt haben wir den Directors Cut und können es machen, dann muss ich das jetzt einfach auch mal einbauen. Also ich stelle mir dann auch immer vor, also haben die das dann einfach teilweise nachvertont für PG-13 oder haben die einfach wirklich dafür schon gleich mehrere Takes gedreht? Weil das sind dann ja einige an mehreren Takes, weil so viele Schimpfworten wieder dann vorkommen. Und das finde ich dann aber auch schon wieder ein bisschen übertrieben. Ja, ja, ich fand auch, es hatte auch wirklich, es hatte auch nicht so eine irgendwie krasse Wirkung. Also ich hatte nicht wirklich das Gefühl, er hat sich dabei groß was gedacht, sondern er macht es halt, weil er es kann. Und dann testet er sich ein bisschen aus, auch nach dem Motto so, ah, jetzt ist schon wieder eine Viertelstunde um, ne? Ja komm, wer kann jetzt mal eben fluchen? Wenn du es darfst, dann machst, ne? Die bei Marvel, die haben sich abgefeiert. Wer war das? Chris Pratt, ne? Der als erstes, erster Fuck sagen durfte. Und dann haben sie sich nachher richtig abgefeiert, wo ich auch sagen muss, Leute, das ist vielleicht in den USA ein großes Thema. Sag mal, ob in Europa einer Fuck sagt, es interessiert uns, glaube ich, nicht wirklich. Das fand ich immer damals ganz süß bei Marvel. Und hier hat das halt wahrscheinlich gedacht, boah, jetzt treiben wir es auf die Spitze. Ich glaube, in Amerika ist das auch wirklich noch eher ein Thema als bei uns hier. Das kann sein, ja. Holt keinen mehr hinterm Herd vor. Nee, aber was vielleicht Leute hinterm Herd hervorholt, ist die Gewalt. Weil da hat er einiges versprochen. Und ich würde sagen, in dem Punkt liefern die Filme aber ganz schön ordentlich. Also wo die Action dann doch in den kürzeren, jugendfreien Versionen sehr zahm, beziehungsweise irgendwie handelsüblich für so einen Sci-Fi-Film war, wird hier jetzt aber richtig ordentlich alles Mögliche zerberstet und zerschnibbelt. Wie ging es dir denn damit? Also bei den Sex-Szenen bin ich nicht so horny geworden. Aber da, sag ich dir, da war aber Freude hier los. Also du bist ein richtiger Go-Hound, willst du das sagen? Ey, auf jeden Fall. Ey, mir hat das richtig gut, also mir hat es richtig gut gefallen. Jetzt aber das Aber mit Abstrichen. Weil es ist ja trotzdem CGI-Blut, ne? Der ganze Film ist digital gemacht. Das finde ich halt immer nicht so geil. Ich bin da schon so ein bisschen oldschool, practical effects, finde ich schon geiler. Aber bei dem Film, gerade wenn man die sanfte Variante schon gesehen hat und jetzt gehofft hat, ey, bitte mach doch, wenn du schon ansagst, jetzt was Brutales draus. Da hat er geliefert, ey, da fallen Körperteile ab, da werden Schädel eingeschlagen, eingeschossen. Also da wird nicht gegeizt. Und auch mit dem CGI-Blut, das spritzt und oder pixelt sich da überall rum. Und ey, ich fand das schon, das hat für mich den Film auf jeden Fall schon mal da mindestens einen Stern besser gemacht. Weil dann für mich auch, ja, er brutaler, klar, also er kam ganz klar brutaler rüber. Und auch irgendwie, man hat gemerkt, oh, die Kacke ist am Dampfen, wenn da einer rumgelaufen ist. Und er lässt ja beide Seiten große Opfer bringen, gerade im zweiten Endkampf. Da wird ja auf beiden Seiten ordentlich, ja, Kollateralschäden dargelassen. Und er hält da dann auch ordentlich drauf. Und finde ich, da merkt man schon, also es ist definitiv kein Film, der für den Krieg spricht. Egal, ob Sci-Fi auf irgendeinem Planeten oder auf der Erde. Und das fand ich auch schon richtig stark. Oh, das finde ich spannend. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein. Was ich finde, was ich gemerkt habe, dass viele Action-Szenen davon auf jeden Fall profitiert haben. Es gibt ja im ersten Teil, die, glaube ich, auch im Trailer sehr prominent war. So eine Action-Sequenz, wo Korra in der Scheune die Soldaten niedermäht. Und ich muss sagen, in der jugendfreien Version hat das für mich überhaupt nicht funktioniert, weil diese Choreografie überhaupt nicht wirklich gewirkt hat. Und jetzt hat man wirklich gemerkt, ja, da hat man sich was bei gedacht. Und dann zerschnetzelt sie die Leute aber auch wirklich ordentlich. Er arbeitet natürlich wieder krass mit Zeitlupen. Aber das fand ich richtig gut, wie viele Choreografien davon echt profitiert haben, weil man gemerkt hat, jetzt können sie die auch ganz ausspielen. Und dann fließt da halt auch wirklich CGI-Blut in Massen. Ja, und vor allem gerade bei seinen Zeitlupen stellt er sich das Bild, weil er hat ja hier auch mal wieder die Kamera mitgemacht. Er stellt sich wahrscheinlich schon vor, wie will ich das in meiner Version haben? Und das Blut gehört dann dazu. Und sind wir mal ehrlich, er ist vielleicht auch nicht der beste Geschichtenerzähler, aber seine Bilder sind schon ganz geil. Und da ist er auch eher mehr Künstler. Und da hat er wahrscheinlich gesagt, da soll das Blut dann in die Richtung spritzen. Und das war halt in dem ersten Ding nicht dabei, bei der sanften Version. Und hier konnte er das richtig schön, das war wirklich teilweise wie so ein bisschen blutigere Tanzaufführung. Es hat richtig schön ausgesehen. Mir hat's gefallen. Es passt auf jeden Fall zu diesem generell überstilisierten Look. Also ich bin auch bei dir manchmal, also ich bin auch, glaube ich, eher Fan von Practical Effects. Aber auch zum Beispiel, also John Wick fügt das ja auch im Nachhinein hinzu. Da finde ich, klappt das ganz gut. Hier ist das halt super, also hier ist es klar, finde ich, als CGI-Blut zu erkennen. Aber es passt halt zu diesem völlig clean und drübernen Look. Und was ich tatsächlich sehr schön fand, auch visuell, wie du es angesprochen hast, diese Waffen, die ja nicht nur einfach, also die sorgen nicht nur für Blutfontänen, sondern auch für, ich weiß gar nicht, was das so sein soll. Ob die Knochen irgendwie in so Lava zerbersten oder sowas oder zerschmelzen. Aber das sieht schon sehr schick aus, wenn dieser Mix aus Blut und Glühender, ja was ist das denn? Lava? Was würdest du sagen, was das sein soll? Ja, ich habe auch ganz halt überlegt, was das ist. Aber das sind ja Laserwaffen. Mhm. Und ich würde einfach mal sagen, dass das zerschmilzt. Das wird Lava sein. Also wegen der Hitze brennt das vielleicht super Lichtgeschwindigkeit schnell ab. Es sah auf jeden Fall geil aus, ne? Oh, das war richtig, das war schön. Das war richtig, richtig schön. Und es, ja, der Film fängt ja diesmal, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, mit ein paar anderen Szenen an. Und da wird halt gleich schon, also wer wissen will, ob der Film ihm besser gefällt als der andere, braucht nur die ersten 15 Minuten gucken. Wenn er danach sagt, ja, finde ich geiler als alles davor, dann guck dir die ganzen über sechs Stunden an, dann hast du Spaß. Er macht auf jeden Fall keine Gefangenen. Szenen, was mich bei der Gewalt ein bisschen, weiß ich nicht, gestört hat. Ich finde, es gab so Szenen, wo man gemerkt hat, die waren irgendwie konzipiert und dann hat man im Nachhinein was hinzugefügt. Also es gibt halt viele Szenen, wo ich sagen würde, da profitieren die Choreografien von. Oder es gibt halt auch so Alternativszenen, gerade was so das Ende des Schurken vielleicht angeht, wo dann auch wirklich, ja, da wird ordentlich durchgezogen. Es gab auch andere Szenen, die der gleiche Shot waren wie in der jugendfreien Version, wo dann halt einfach ganz, ganz viel Blut reingefügt wurde. Und das hat für mich zum Teil nicht funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl bei der Gewalt, er tobt sich halt sehr aus. Nach dem Motto, wenn ich es kann, dann mache ich es halt einfach auch. Wie gesagt, wir hatten ja vorher schon gesagt, er hatte das ja so angekündigt, dass er gerne so einen Erwachsenen-Starsen machen will. Und ich finde, er hat damit halt geliefert. Und ich wäre enttäuscht gewesen, wenn er sich jetzt in dem Film nicht, okay, in dieser Gewalt suhlt hat. Doch, hat er schon. Wenn er in dieser Gewalt dann halt so ein bisschen suhlt, gerade in den Szenen, wo er es dann machen kann, in den Kampfsszenen. Genau das habe ich halt auch erwartet. Ja, kann ich verstehen. Ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig. Es wirkt manchmal, also das gilt auch, glaube ich, für den ganzen Film auch, da müssen wir dann nochmal aufs Drehbuch gleich eingehen. Es wirkt schon ein bisschen so, wie so ein Fantraum von so einem Zwölfjährigen, oder? Der sich so vorstellt, boah, ich will Star Wars, aber ich will Gewalt und ich will richtig viel davon. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, so ist Zack Snyder auch, oder? Ja, ich würde lügen, wenn ich mich auch so ein bisschen so wäre. Aber, ja, sagen wir mal vielleicht doch schon 15. Ja, aber heutzutage zwölf kommt schon, glaube ich, sogar eher hin. Vielleicht ist das auch mal wieder ganz schön, nicht mehr dieses komplett angepasste, was du vorhin schon gesagt hast, in dem Mainstream-Kino, dass das alles schon doch weicher gespült ist, gerade auch in irgendwelchen Liebesszenen, dass es wieder gar nicht vorkommt oder halt nur so leicht angedeutet wird. Er zieht halt jetzt da durch, weil er es jetzt auch darf. Und, ach, Mensch, ich weiß nicht. Ich finde den Film halt auch nicht perfekt, aber gerade bei diesen Sachen, muss ich sagen, da hat er halt genau das gezeigt, was er zeigen sollte oder was die Leute erwartet haben, schon beim ersten Mal. Und es ist halt im Moment, was ich sehr merkwürdig finde, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, ich habe jetzt mal auch einen Vorrein mal durchgesucht, ob es schon irgendwelche Reviews, sonst was großartig gibt. Im deutschsprachigen Raum sehr wenig bis gar keine. Im amerikanischen halt ein paar, die aber auch nicht wirklich alle positiv sind, zumindest von den großen Zeitschriften oder so, wo ich mir denke, Leute, das ist so genau das, was er erzählt hat, was er jetzt bringt, dass die ganze Story nicht komplett neu wird. Mal dahingestellt. Aber ich finde es auch schade, dass diese Berichterstattung oder auch gerade die Annahme, jetzt ist es ein arschlanger Film und zwei Filme, aber dass da auch so wenig ist. Also vielleicht sind die Leute immer noch enttäuscht, aber gib dem Ding einfach mal eine Chance. Ja, ich glaube auf jeden Fall, die Veröffentlichung vorher, der kürzere Version, hat dem Gesamtprojekt, glaube ich, geschadet, weil die ja echt wirklich ganz, ganz schlecht ankommen. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, bei Letterboxd ist Teil 1 irgendwie beinahe 2,0 und ich glaube Teil 2 beinahe 1,8 oder sowas, also nochmal schlechter. Das ist auf jeden Fall schon krass. Ich bin bei der Gewalt auch ein bisschen zwiespältig. Ich bin bei dir, das hat auf jeden Fall irgendwie schon so ein Element, so mal so ein bisschen provozieren und provozieren ist ja auch schon was, was einen Wert haben kann, um zu zeigen, man kann es auch anders machen. Es wirkt halt für mich manchmal wirklich so ein bisschen selbstzweckhaft oder schon so ein bisschen, also ich meine, als Horrorfilm-Fan, natürlich finde ich Gewalt auch gut, wenn das ordentlich zelebriert wird, aber hier wirkt es mir manchmal ein bisschen zu sehr nach, ja, er geilt sich halt schon an der Gewalt auf, ne? Also er findet es richtig geil, definitiv. Ich finde es auch richtig geil und dadurch hat er ja zumindest einen erreicht und ich glaube auch alle, die sein Stil sonst so mögen und das erwartet haben, werden das auch abfeiern. Aber dazu ist ja auch das Ding, muss Kunst da jetzt eine andere Aussage machen, außer dass es jetzt, wie du gesagt hast, einfach mal ein bisschen Raum gibt, um sich darüber aufzuregen? Ich finde ja eigentlich nicht, ich finde das ganz gut, dass Leute auch sagen, das ist mir einfach viel zu viel Gewalt und darüber dann zu diskutieren, finde ich viel besser, als wenn das jetzt die vorige Version war, wo da gab es einfach keine Diskussion, da war einfach scheiße. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Man kann einfach sagen, warum nicht einfach machen, ne? Wir sind ja klar, nicht in der Realität, das ist ja alles sowieso so überstilisiert, einfach mal austoben und dann im Nachhinein drüber sprechen, ja, bin ich, finde ich, finde ich interessant. Also, die Gewalt macht den Film vielleicht doch tatsächlich schon interessanter, als er vorher war. Spannend. Finde ich auf jeden Fall auch und wie ich es vorhin schon gesagt hatte oder du dann auch zwischendurch meinsprochen hast, das ist ja ein faschistisches Regime, was da angreift. Und wenn die jetzt, keine Ahnung, Hakenkreuz-ähnliche Zeichen getragen hätten, hätten bestimmt auch viele Kritiker gesagt, das ist ja eine super Allegorie auf den Zweiten Weltkrieg und hätten das gefeiert. Jetzt haben die das natürlich nicht und es ist einfach nur ein Geballer auf irgendwelche Leute. Ich glaube, da sind auch ein paar Kritiker dann immer zu, ne, dann ist das halt nur Gewalt. Aber ich finde, man kann ganz klar erkennen, auf was er halt anspielt und so viel muss man ihm schon geben, dass er da schon doch so deep ist manchmal und da schon doch auch ein kleines Zeichen immer setzen will. Dann lass uns mal in den Inhalt reingehen, weil das finde ich auch spannend. Ich weiß wirklich nicht, also ich gucke mir Interviews eigentlich immer gar nicht an und auch so Behind-the-Scenes-Sachen und sowas. Ich gucke halt den Film und möchte dann da irgendwie reingezogen werden. Dann weiß man halt irgendwie manchmal nicht, sind die Leute hinter den Filmen so clever wie der Film. Manchmal sind sie es nicht, manchmal sind sie vielleicht cleverer als der Film. Rebel Moon wurde ja am Anfang dann auf jeden Fall ganz viel vorgeworfen, dass sich Zack Snyder aus allen möglichen Sachen zusammenklaut. Also Star Wars ist klar, aber wir haben auch Samurai-Filme, wir haben Western, wir haben Herr der Ringe, würde ich sagen, wir haben U-Boot, wir haben alles. Und wie wirkte das für dich in der längeren Version? Wirkte diese Welt für dich stimmiger oder war das immer noch so ein Flickenteppich? Also was du gerade erzählt hast, kann ich alles unterschreiben. Das ist komplett zusammengeklaut aus so vielen verschiedenen Sachen, was ja nicht schlecht sein muss. Wenn man es gut macht, dann ist es ja auch okay. Man muss das Eier nicht neu erfinden. Aber ich muss sagen, ich habe schon Bock mehr von der Welt zu sehen, weil jetzt gerade im Directors Cut finde ich halt schon, man hat gemerkt, da ist noch mehr hinter dieser Welt. Es kommt ja ganz zum Ende auch ein Abschnitt mit einer, ich nenne es jetzt mal Figur, einer riesengroßen. Die gab es ja vorher nicht. Und da habe ich schon Bock, auch da mehr von zu sehen. Das ist jetzt natürlich schwierig, wie der Film jetzt ankommt, weil es war ja alles mögliche geplant. Es gibt ja auch Comics und jetzt hier dann Podcasts gibt es auch schon, wo ich leider erst zehn Minuten reingehört habe. Aber das Einzige, was, glaube ich, bis jetzt gecancelt wurde, ist dieses Tabletop-Spiel. Das haben sie halt rausgenommen, was sie 2026 bringen wollten. Alles andere ist noch, vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht. Und ich hoffe, der dritte Teil kommt. Ich muss auch sagen, es muss nicht mit Zack Snyder sein. Ich kann auch mehr anders mal machen. Fände ich auch mal interessant. Er kann es ja schreiben. Aber ich will da schon mehr von sehen. Und ich finde, die Welt konnte man besser greifen als in den Vorgängern, also den Normal-Versionen nenne ich es mal. Ja, das ging mir auch so. Also ich finde, das ist immer noch keine clevere Welt. Und es ist schon sehr, sehr viel sehr offensichtlich zusammengeklaut. Und auch, weil das Drehbuch so, ja, da reden wir gleich nochmal drüber, sagen wir, Schwächen hat, es sind ja ganz viele Probleme. Aber ich finde auch in der längeren Version, gerade im ersten Teil, der ja wirklich, wirklich lang ist mit über drei Stunden, da gibt es ganz viele so kleine Szenen, die eingefügt wurden, auch mit irgendwie neuen Planeten, beziehungsweise, nee, nicht neue Planeten, aber mehr Szenen auf dem Planeten, wo dann auch irgendwie neue Kreaturen nochmal zu sehen sind. Und ich bin auch bei dir, diese große Figur, die im zweiten Teil dann nochmal prominenter wird, aber im ersten Teil schon immer kurz auftaucht oder da ist, finde ich auch, ich finde das Interessante, also ich finde, da gibt es dann tatsächlich Ideen, die irgendwas Eigenes hatten, auch wenn ganz viele andere Sachen einfach wirklich viel, viel zu offensichtlich aus anderen Sachen zusammengeklaut sind. Also es ist ganz schade, dass er da irgendwie zu selten schafft, was Eigenes zu erschaffen. Ich glaube, er hat sich wahrscheinlich gedacht, wie gesagt, er ist wahrscheinlich selber auch riesen Star Wars Fan, natürlich, das hat er ja, glaube ich, oft genug mal schon betont, Sieben Samurai ist auch einer seiner Lieblingsfilme. Und da hat er schon seine Grundlage gehabt, allein schon für den ersten Film, das will ich so haben. und ich wäre schon gespannt gewesen, was passiert wäre, wenn er das mit Lukas Film umgesetzt hätte damals, weil dann wäre es natürlich jetzt nicht urbrutal geworden, aber es hätte vielleicht doch gut passen können sogar auch, weil ganz so schlecht ist ja die Welt dann auch nicht. Aber ey, das ist nichts Eigenes, aber schwierig. Also ich finde schon gerade auch, dass er halt so viele, obwohl dann können wir noch sagen, ist von Dune geklaut, weil er macht ja verschiedene andere Parteien auch auf, die auch alle miteinander verhandeln müssten theoretisch. Ja, aber was willst du Neues erfinden? Das ist schwierig, glaube ich, heutzutage, gerade auch im Sci-Fi-Bereich, wenn du da nichts Abgedrehtes machst, was wirklich eher Indie ist, da komplett was Neues reinzuerfinden. Ich fände es auch schön, macht er aber halt wirklich vielleicht in Nuancen, so zwei, drei Stück, was ich vor, doch gesehen hat man alle schon, muss man ja leider sagen, man hat alle schon mal irgendwo gesehen. Ja, voll. Ich bin halt bei, das ist halt die Frage, wie sehr kann man irgendwie noch was Eigenes schaffen, weil die Inspirationen dann irgendwie doch sehr offensichtlich sind. Ich meine, Star Wars hat sich ja auch von sehr, sehr vielen Sachen inspirieren lassen, wo ich, glaube ich, vor allem in den kürzeren Versionen das Problem hatte, hier immer noch so ein bisschen, dass die Welt für mich nicht so zusammengepasst hat. Also wenn Korra und ihr Begleiter sich halt auf die Reise machen und dann nach und nach die glorreichen Sieben, die Sieben Samurai sich zusammensuchen, da sind wir auf unterschiedlichen Planeten und mal ist das halt so krasses Sci-Fi und mal sind wir gefühlt in so einem Herr-der-Ringe-Setting, dann sind wir in einem alten japanischen Dorf und das passt irgendwie nur so bedingt zusammen, auch wenn der Directors Cut, würde ich sagen, hat es ein bisschen besser gemacht. Ich denke, wo du es sagst, denke ich auch gerade drüber nach. Also da hätte man schon gerade die Überfahrten, nenne ich es jetzt mal, mit den Raumschiffen, hätte man da deutlich mal mehr ausbauen können. Das ist halt bei Star Wars besser gemacht. Da bist du ja dann dabei, wie sie von A nach B. Aber Star Wars hat natürlich jetzt im Endeffekt auch deutlich länger Zeit gehabt, um das Franchise auszuhalten. Alle anderen Franchise, mit denen man immer das Ding vergleicht, haben ja deutlich mehr Zeit, mehr Filme, mehr Lore. Ja, hier wird halt nach zwei Filmen oder jetzt, sagen wir mal, vier Filmen dann schon entschieden, das ist jetzt kacke oder nicht. Ich würde da auch, Leute, gebt da doch ein bisschen Zeit, weil, mein Gott, das wird von Netflix produziert. Also das Geld können sie auch noch auf dem Fenster schmeißen. Dafür bitte. Auf jeden Fall. Dann lass uns vielleicht mal ein bisschen in den Inhalt reingehen, weil das wurde ja auch viel kritisiert. Zack Snyder wurde, glaube ich, in der Vergangenheit schon häufiger kritisiert. Er ist auf jeden Fall nicht der beste Schreiber. Und die Figuren, ja, sagen wir mal, es sind reine Klischees. Wie haben sie mir gefallen? Ich fand sie auch oberflächlich geschrieben. Es ist eine Figur, die durch den Directors Cut, finde ich, deutlich gewonnen. Oder zwei. Ja, okay, als andere ist ein Android, das ist der Roboter. Ich finde, der kriegt schon auch ein bisschen mehr Raum. Aber gerade die Figur von Ares, es ist gerade der, der in der Anfangsszene drin vorkommt und dann auch für die Bösen erst arbeitet, der bekommt natürlich deutlich mehr Fleisch jetzt dran. Allein durch diese 15 Minuten am Anfang oder 10 Minuten. Also den fand ich dadurch deutlich interessanter, weil davor dachte ich, was macht denn der junge Typ da die ganze Zeit? Warum soll ich dem jetzt zugucken, wie der das oder das macht oder mit dem Mädel da rumflirtet? Nee, ich finde ihn uninteressant. Aber dadurch jetzt hat er ja so eine Background-Story. Und das Gleiche ist auch bei General Titus. Der kriegt auch wieder mehr Fleisch dran. Der Einzige, der immer noch vernachlässigt wird, ist halt der schöne Prinz Tarek. Der ist halt da. Irgendwie da, finde ich, haben sie es nicht ganz geschafft, durch den Directors Cut mir da den noch deutlich näher zu bringen. Ja, also ich finde es auch super absurd, weil die Figuren, die bekommen ja alle eine Backstory. Die wird ja erst mal so platt erzählt. Also der zweite Teil ist ja so absurd, wenn die alle am Tisch sitzen und sich gegenseitig ihre Hintergrundgeschichte erzählen. Das ist ja wirklich so faul. Wo ich immer bei dir bin, Aris, der ja wirklich vorher einfach nur so ein junger, attraktiver Typ, der dann halt mit der jungen, attraktiven Frau anbändelt und mehr ist es nicht. Und ich finde auch, ich muss sagen, ich glaube sogar, dass diese erste Viertelstunde im Directors Cut von Teil 1, ich würde sagen, das ist das beste im ganzen Film. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich hätte mir eigentlich, also eigentlich hätte ich mir gewünscht, nur das zu sehen. Ich fand das super spannend. Und dann einfach, glaube ich, die Reise von Aris. Das hätte ich, glaube ich, einfach besser gewonnen. Als das andere. Ja, wenn Aris jetzt halt die Hauptrolle wäre, also die Hauptfigur. Ja. Es wäre super interessant gewesen und kriegt dann nur nebenbei mit, was die anderen machen. Und dann hätte er ja meinetwegen so einen Spin-off-Film machen können, wie sich die alle zusammengestellt haben. Oder so Marvel-mäßig, so drei, vier Filme über die anderen Figuren. Wenn du das schon mal etabliert hast, diese ganze Franchise. Aber so finde ich, er hat halt viele Stränge in seiner Erzählung und die interessanteste, die kriegen wir erst im Directors Cut so ein bisschen und dadurch wird ja auch durch den Anfang Admiral hier noble, wird ja erst mal richtig dargestellt, weil in der sanften Fassung kommt er halt ins Dorf und du denkst dir so, ja okay, cool, der ist ja total nett und es funktioniert halt nicht wie bei Glarious Bustard mit, wie heißt der denn jetzt, mit Landa. Das funktioniert nicht ganz. Also ich will jetzt Ed Screen jetzt nicht sagen, aber das ist nicht das Niveau. Das hat er halt wirklich noch nicht. Er ist kein schlechter, aber das Niveau hat er halt nicht. Und das kam auch da nicht so rüber. Aber jetzt hast du diese kleinen Vorszene und wenn er da ankommt, weißt du schon, der kommt aber nicht, um Freunde zu machen. Und dadurch, der ganze Film gewinnt halt, durch diese Szene, weil du genau weißt, das ist das Arschloch, das ist der Typ, okay, und der entwickelt sich so, ah Mensch, warum nicht gleich diesen guten Directors Cut? Ja, also ich finde auch, es gibt halt mehr Szenen zu, auch der Roboter, der wird ja gesprochen im Original von Anthony Hopkins, der sagt einfach, also das sind so kuriose Szenen, weil die so offensichtlich nachträglich eingefügt worden sind, weil man eigentlich die ganze Zeit sieht, wie er durch die Gegend läuft, alleine, und irgendwelche Monologe vor sich hinträgt, die so bedeutungsschwanger und ernst sind. Und das fand ich schon unterhaltsam. Allgemein profitieren die Figuren halt sehr, dass sie von Leuten gespielt werden, die einfach Charisma haben. Also Sophia Botella, auch ihre Figur, ist ja auch nicht die cleverste. Oder auch hier Charlie Hannem, der, ich würde mal sagen, sehr offensichtlich von Han Solo inspiriert ist. das sind halt alles Figuren, ja, die bleiben halt blass, aber es sind halt Leute, die die darstellen, die irgendwie Charisma haben. Auch Jimin Hunsu natürlich, den man ja auch schon in vielen gesehen hat. Oder auch Beduna, die ja, die Nemesis spielt, wo ich sagen würde, Nemesis irgendwie in der Theorie finde ich die coolste Figur, die bekommt auch viel zu wenig zu tun. Ja, die wird eigentlich relativ auch geil eingeführt, auch schon in der anderen Version, weil die kriegt da einen ordentlichen Fight, hat halt ihre, ja, Laserklingen, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen, also ihre Schwerter da und geht damit richtig zur Sache und denkt mich, oh geil, so eine schöne Cyborg-Kriegerin a la Samurai-Mädchen, finde ich cool, will ich sehen. Und dann, wie du sagst, dann bekommt die im zweiten Part irgendwie nichts zu tun, vor allem im zweiten Part muss man auch sagen, flacht die Handlung ja erstmal deutlich ab, nicht nur, dass sie sich ihre Vorgeschichten alle erzählen, nochmal, sondern es wird auch halt viel Feldarbeit gezeigt, wie der Acker bestellt wird, das sind so Sachen, da hätte man auf jeden Fall 20 Minuten rausschneiden können, egal in welchem von den Cuts, die haben mich jetzt nicht so interessiert, wie die Bauern jetzt halt das Feld pflügen, aber naja, da gab es auch noch ein paar schöne Zeitlupen, Es ist völlig absurd, wenn man sich den Directors Cut vom zweiten Teil anguckt, die erste Stunde ist wirklich, also die ist nichts anderes außer Feldarbeit und die Rückblenden der Figuren, sonst passiert da ja wirklich gar nichts, das ist so komisch, also ich muss sagen, diese erste Stunde, die hat er, also ich habe mich krass gelangweilt, leider, das, ich verstehe, also er will das offensichtlich sehr zelebrieren, dieses einfache Leben auf dem Land und die Leute, die irgendwie als Gemeinschaft zusammenarbeiten, aber boah, fand ich das ätzend. Aber vielleicht sind wir auch nicht die Zielgruppe dafür, weil, also ich weiß nicht von dir, aber ich bin jetzt auch nicht so der Farming-Simulator-Spieler, aber vielleicht wollte er die Zielgruppe abgreifen, da gibt es auch ein paar Leute, dann gucken sich halt den Section-Snyder-Farming-Simulator-Cut an, die erste, ja, dreiviertel Stunde. Ich glaube, das habe ich sogar auf Letterboxd gelesen, da gab es, glaube ich, eine kurze Review, dass jemand gesagt hat, als nächstes soll Sex-Snyder bitte den Goat-Simulator verfilmen, weil den Farming-Simulator hat er jetzt schon verfilmen. Oh, wie geil. Ja, was ist noch wichtig? Ich finde das ganz spannend, das wird jetzt auch im Direct-Escut nochmal deutlich, die, unsere ProtagonistInnen, die spielen das hier alle sehr, sehr ernst. Also es geht hier wirklich, das ist ja alles sehr bedeutungsschwanger und es ist ernst und es geht hier wirklich um was und Ed Green, du hast ihn schon angesprochen, der ist auf jeden Fall nicht der krasseste Schauspieler und seine Rolle ist halt einfach nur ein diabolischer General-Admiral, keine Ahnung, er ist halt ein Militäranführer, aber ich habe das Gefühl, er hat verstanden eigentlich, wo er hier drin ist, weil er ja völlig überzieht. Also er ist ja fast schon eine Karikatur, mit der man, finde ich, am meisten Spaß haben konnte. Also er geht in seiner Rolle auf, ne, also Bösesüchte, ich glaube, Deadpool war ja auch Bösesüchte, ne, wenn ich es richtig klicke. Ah, stimmt, stimmt, genau. Und Herr Arsch kann er gut spielen, er hat auch die Physis dafür, dass man ihm was auch noch wirklich abnimmt, ne, dass er auch selber da ordentlich zur Sache geht. und ich glaube, er hatte auch, ich glaube, die hatten alle relativ Spaß beim Dreh, weil hin und wieder ist das ja auch einfach, die stehen da vor dem Blue Screen oder Green Screen und dann hampeln da rum, ne, ganz salopp zu sagen und haben da bestimmt ihr Tag, ihr Leben gehabt, in ihrem komischen Kostüm dann auch noch dazu und er hat das halt genau angenommen. Manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, dass Charlie Hannem auch ein bisschen da so reingehen will mit, aber dann hat er wieder doch ein paar Szenen, wo er dann wieder so versucht, jetzt muss ich nochmal zeigen, dass ich schauspielern kann, aber das passt auch nicht zu der Rolle. Er hätte auch viel mehr überdrehen können, meiner Meinung nach. Er hätte da viel mehr Screen Time abgreifen können mit. Ja, voll. Also ich finde es auch irgendwie spannend, also dieses Gesamtkonzept, das so ernst zu machen. Ich finde das schon irgendwie bemerkenswert, gerade auch in der aktuellen Zeit, wo, außer vielleicht Dune und auch Furiosa, die ja auch sehr ernst waren, aber das ganze MCU, oder auch viele Blockbuster sind ja sehr ironisch, sehr meta und der hier setzt sich ja bewusst dagegen und das finde ich schon erfrischend, dass das Setting mal ernst genommen wird. Ist es dadurch stellenweise schon irgendwie unfreiwillig komisch, weil es halt so hart, und auch diese Dialoge und Monologe zum Teil, also wie die formuliert worden sind, denke ich so, boah, eigentlich bräuchte Zack Snyder da noch Leute, also er hat das ja mit zwei anderen Leuten geschrieben, aber das ist schon irgendwie lächerlich. Andererseits denke ich halt auch, es ist schon sehr gut, dass das so ernst rübergebracht wird, weil sonst wird das irgendwie gar nicht funktionieren, glaube ich. Also wo du gerade ansprichst, so ein bisschen lächerlich. Ich fand die Szenen immer ganz schlimm, wenn halt der sogar Ober-Oberschocke Balisarius auftaucht, weil da fand ich, der hat ja noch ein paar Nummern drüber gespielt, das hat mich dann immer so ein bisschen rausgerissen, weil ich dachte, was wird das denn jetzt, warum geht denn der jetzt so steil? Das passt jetzt gar nicht mehr. Zu der Szene davor alle noch so, ja, wir haben das gerade irgendwie alles gerettet oder nicht gerettet und dann kommt er an und spielt eigentlich, ob er so einer Theaterbühne steht schon fast. Ich dachte so, nee Junge, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der finde ich, muss ich auch sagen, also ich kenne den Schauspieler sonst gar nicht, Francis Martin V. Aber ich muss sagen, die Besetzung ist absoluter Mist. Also ich finde, der hat überhaupt keine Ausstrahlung. Also für so, also er ist ja quasi der Imperator. Er ist der, der hinter allem steckt und da brauchst du irgendjemanden mit einer Ausstrahlung, mit so einem diabolischen Charisma und also es hätte Ed Screen, glaube ich, besser gemacht. Also ich fand es ganz komisch, diese Figur, weil die, die ist für mich, die wirkt für mich gar nicht. Also weißt du, ich kann ja mal sagen, wer dafür in Frage kommen sollte, eigentlich war Rupert Bryant, war dafür angedacht, für Balisarius. Der konnte dann aber aufgrund von terminlichen Sachen in seinem Schedule, konnte er dann nicht. Den hätte ich gerne mal gesehen, obwohl ich den da auch nicht, also eigentlich müsste es da wirklich vielleicht dann doch schon jemanden hinstellen, der schon ein bisschen gesetzter ist. Anthony Herbkons hätten sie hinstellen können und ein anderer hätte den Roboter gesprochen. Das hätte ich sogar noch abgenommen. Okay, spannend. Also Rupert, der spielt ja, der ist ja kaum noch da. Also ich meine, M. Night Shyamalan hat den letztes Jahr besetzt. Ich muss jetzt gerade denken, also Daniel Radcliffe hätte, glaube ich, richtig Spaß daran gehabt. Es gab ja, wann war das denn, diesen The Lost Cities mit Sandra Bullock und Channing Tatum, wo er den Bösen spielt und völlig überdreht. Ich glaube, das hätte ich auch gerne gesehen, aber so funktioniert diese Figur für mich leider echt gar nicht. Aber weil wir gerade auch über Noble sprechen, na, noch einen schnellen Funfact gleich reinschieben. Jason Statham war auch mal vorgesehen für die Rolle. Safe. Ich meine, der war auch ein Highlight von Fast 7. Ich glaube, es war der siebte Teil, wo er den Bösen das erste Mal gespielt hat. Ja, wo er eingeführt wird. Da ist ja der Böse. Ja, ja. Was müssen wir vielleicht noch besprechen, bevor wir zum Fazit kommen? Gibt es irgendwelche Kreaturen, wo du sagen würdest, jetzt außer diese große Figur, außer die menschlichen, wo du sagst, ey, das war ganz cool an dem Film? Also ich fand schon, es gab Designideen, die gut waren. Also ich fand diese Spinnenlady ein bisschen langweilig, weil die hat man gefühlt schon in anderen Franchises schon mal gesehen. Was ich cool fand, der war glaube ich auch schon in der kurzen Version da, dieser Barkeeper, der irgendwie gefühlt Kerzen auf den Schultern hatte, der sah halt sehr cool aus. Und was ich richtig gut fand, ich glaube, der war nicht in der kurzen Version dabei, wenn die beiden Blood-Ax-Geschwister eingeführt werden auf dem Planeten, da sehen wir ja den König, der ja komplett animiert ist und der sah richtig gut aus. Fandst du das auch? Ach, der aussieht wie hier so ein, aus so einem Zelda-Wasserwesen so ist. Ja, genau. Also ich musste da fast so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du Valerian gesehen hast? Ja, ja. Genau, also finden ja nicht so viele gut. Ich liebe den Film und vor allem für das Kreaturen-Design. Die Kreaturen sehen alle toll aus und ich habe gesagt, da muss ich dran denken, so toll sah das aus. Also der hätte auch, der hätte auch wirklich ein Star Wars sein können von der Qualität her, finde ich. Ja, der sah wirklich nicht verkehrt aus. Ich fand, was ich ganz süß fand, das war jetzt wieder die Anfangsszene, das kleine Vieh. Das fand ich ganz cool. Oh, stimmt. Kleines Wesen. Das fand ich ganz gut. Und ja, du hast recht, bei der Spinnfrau hat man zu oft gesehen und ich bin ja wirklich kein Spinnfreund, aber selbst mir kam da kein Ekel. Außer wo die ganzen kleinen Spinnen irgendwie dann rumgelaufen sind, das fand ich schon ein bisschen eklig. Aber ansonsten war die jetzt auch, die war auch nicht bedrohlich genug, fand ich. Also irgendwie, nee. Da schwächelt halt wieder das Drehbuch, weil das alles so ganz kurz angerissen wird. Also selbst, also das ist ja schon irgendwie absurd. Man kann es hier nicht nur auf die Slowmotion schieben, weil auch ohne Slowmotion wird das noch sehr lange gehen, weil also er zeigt sehr viel, ohne wirklich irgendwas zu erzählen. Also die Figuren bekommen irgendwie schon mehr dran, aber bestimmte andere Figuren, also die ganzen Figuren bleiben halt zum Teil wirklich ja völlig, völlig blass. Also ich meine, im ersten Teil stirbt ja auch eine Figur, die irgendwie groß angekündigt worden ist und denkst so, okay, also es hat mich schon in der, in der jugendfreien Version nicht wirklich gegriffen und jetzt im Directors Cut halt auch nicht, weil ich denke, sorry, ich hab den, ich hab den Typen fünf Minuten gesehen, nur weil ihr dreimal drüber redet, ist das jetzt nicht irgendwie krass. Ja, da wurde, das war immer dieses, wir erzählen lieber und zeigen es nicht, was ja immer komplett falsch ist. Ja. Naja, ich hab zum Beispiel jetzt letztens noch ein Interview gesehen von hier, von Deadborn-Bulverine-Regisseur, schon Levi, und der hat dann, bei Letterboxd, sie stellen ja mir ihre vier liebsten Filme vor, um das kurz abzuhaken, und der hat dann Filme erwähnt und hat gesagt, ja, das sind Filme, gerade sowas wie Jerry Maguire war dabei und das hat er halt erzählt, weil da sind die Nebenfiguren perfekt ausgeschrieben, keine Nebenfigur ist unwichtig oder einfach nur flach geschrieben, die haben alle mehr, die sind mehrschichtig und das fehlt in dem Film halt leider wirklich, die sind dann halt alle wirklich sehr, sehr platt. Voll, und dann sind sie auch irgendwie nicht, nicht gut genug besetzt, also ich mein, wenn wir nach Star Wars gucken, Mace Windu in den Prequels ist auf dem Papier ungefähr eine der langweiligsten Figuren überhaupt, aber nimmst du halt Samuel L. Jackson und er ist halt der coolste Hili von allen. Ja, du hättest ja wirklich auch große Darsteller nehmen können, die man auch aus Filmen kennt, wahrscheinlich sind eine von denen wirklich gute Seriendarsteller, weiß ich jetzt auch nicht, ein paar Namen habe ich davor noch nie wirklich gehört und da kannst du auch selber als so ein Anführer des Dorfes oder Dorfältesten hättest du ja auch irgendwelche großen Leute nehmen können, die hätten, also für das Geld, was da ausgeht, hätten die dir auch noch mit einkaufen können. Ja, voll, also ich finde, der Einzige, der man wirklich gar nichts vorwerfen kann, ist Sophia Boutella, die gibt halt alles, also ich finde, die Figur ist halt immer noch lusch und also sehr, sehr klar und Stereotyp, aber sie hat halt eine Präsenz und ich finde, man merkt auch schon, okay, sie ist jetzt irgendwie keine ausgebildete Kämpferin, aber man merkt auch, sie gibt sich in den, in den Kampfszenen, sie gibt da schon alles rein. Ja, und darum finde ich es auch ein bisschen schade, dass der Film sie halt nicht mehr herausstellt, als die Heldin, die sie hätte sein können eigentlich in dem, ja doch kleinen Epos, nenne ich es jetzt nochmal. Okay, dann können wir, glaube ich, zum Fazit kommen, oder? Ja, die Musik war Standard, da braucht man nichts zu erzählen, gerne doch, gerne doch. Ja, Zero, dann hau doch mal raus, wie haben dir die beiden Directors Cuts, Kelch des Blutes und Fluch der Vergebung, um die neuen Titel nochmal zu nennen, gefallen, auch im Vergleich zu den kürzeren Versionen? Also, es ist jetzt sehr verwunderlich und ich überrasche jetzt jeden mit meinem Fazit, glaube ich, nein, also der Directors Cut ist halt deutlich länger und blutiger und packt noch ein paar neue Szenen dazu und gibt halt der Geschichte wirklich mehr Hintergrund und eigentlich bleibt für mich dann immer noch die Frage, warum nicht gleich, warum gab es die andere Version und für alle anderen lohnt sich der Snyder Cut, da muss ich ehrlich sagen, definitiv, der Regisseur hat es irgendwie geschafft, so eine Mischung aus ein bisschen 300, Star Wars, Glorious Busters, alles so ein bisschen mit rein zu mischen, nur im Gegensatz halt zu diesen ganz großen Vorbildern, schafft das halt selten, was wir auch gerade erwähnt hatten, dass du halt mit den Protagonisten so richtig mitfieberst und dabei bist, weil die sehr platt geschrieben sind, aber der Directors Cut löst halt wirklich sein Versprechen ein, was er gesagt hat, er macht eine erwachsene, düste Revision von Star Wars, zwar halt, wie ich schon gesagt habe, mit CGI-Blut, kann man damit leben, es gibt halt viele brutale Gefechte, bei denen werden auch null Gefangene gemacht, es werden Körperteile abgeschnitten, abgeschossen, es ist richtig nice, der Endkampf am Ende, den kann man schon leicht als episch bezeichnen, der wird auf beiden Seiten ordentlich gescheppert und wie ich vorhin erwähnt habe, ich würde gerne den dritten Teil, vielleicht auch den vierten sehen, wenn es wieder zwei Teile wären und ja, als Fazit zum Schluss, wir haben die Filme von Zack Snyder gefallen und wer auf eine blutige Sci-Fi-Saga gewartet hat, der sollte sich da schon mal die Zeit für nehmen und das einfach mal durchsuchten. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, diese Laufzeit hätte es theoretisch nicht gebraucht, also ich glaube, er hätte sich auch kürzer fassen können, aber zumindest, ich komme glaube ich zum etwas kuriosen Fazit, weil ich finde den Directors Cut des Erdenteils besser als die kürzere Version, weil da halt einfach die Welt mehr leben kann, auch die Figuren ein bisschen mehr Fleisch bekommen und ich das alles mehr erlebe und ich finde den Directors Cut des zweiten Teils nicht so gut, weil der diese Kürze, die der eigentlich hat, voll rausnimmt und das Pacing für mich so ein bisschen versaut, weil er dadurch halt zu lang ist. Allerdings natürlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man den Directors Cut des ersten Teils guckt und dann die kurze Version des zweiten Teils, ich glaube, das wäre komisch, auch was Gewalt und so angeht, aber ja, also ich fand tatsächlich den ersten Directors Cut besser und den zweiten Directors Cut leider schlechter. Generell würde ich sagen, wenn man die kurzen Version nicht gesehen hat, soll man lieber direkt den Directors Cut angucken, weil die sich halt, das ist schon stimmiger im Ganzen, auch wenn halt Zack Snyders Version ein bisschen kurios ist. Ich bin inhaltlich sehr zwiespältig, weil ja, wie du das sagst, irgendwie will er Faschismus kritisieren, allerdings ist auch, wie er diese Dorfgemeinschaft zeigt, das könnte auch fast so ein AfD-Werbespot sein, wie die zusammen alle arbeiten. Also ich bin irgendwie super zwiegespalten, aber es ist kein Film, der irgendwie egal ist. Also ich glaube, man kann sich darüber aufregen oder man kann es halt feiern, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand sitzt und denkt, boah, das ist mir völlig egal und das ist ja vielleicht auch schon was wert. Beim Ende kommt raus alles ein großer Hoax. Eigentlich ist Rebel Moon, das ist Schweden und das ist einfach die Vorgestichte von Midsommar. Oh, ich muss jetzt, wo du hier Midsommar ansprichst, ich finde auch diese, also diese ganzen Ernteszenen im zweiten Teil am Anfang, ihr hattet so ein bisschen das Gefühl, Zack Snyder wollte kurz so ein bisschen Terrence Malick sein. Ja. Nur halt, also ich kann mit Terrence Malick auch nichts anfangen, aber ich glaube, da sehen viele Leute drin, aber kommt er auf jeden Fall nicht ran. Nein, 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 definitiv nicht. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, ich meine, wir sind unter einer Stunde geblieben, und das ist, glaube ich, gut, wir können uns offensichtlich kürzer halten als Zack Snyder. Genau, wir hoffen, ihr habt jetzt einen guten Eindruck bekommen, ob sich die Directors Cuts lohnen oder nicht. Wenn ihr mehr vom Tele-Stammtisch hören möchtet, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, ihr könnt uns da natürlich auch gerne liken, bewerten und oder kommentieren, ihr könnt auch sehr gerne auf unseren Discord-Server kommen, da wurde auch schon bereits fleißig über den oder die Directors Cuts zu Rebel Moon diskutiert, schließt euch da gerne an, also wir sind da sehr gespannt auf andere Meinungen, wenn man die Zeit hat, sechs Stunden, 17 Minuten, das ist schon einiges. Und ansonsten, Zero, möchtest du noch was sagen? Och, mehr Blut, mehr Brüste, ich bin zufrieden heute. Vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.